Dass es den Immobilienunternehmen aktuell nicht gut geht an der Börse, das ist allen klar. Doch den ein oder anderen Lichtblick gab es in den letzten Wochen bereits. Nun kommen die Q1-Zahlen bei vielen großen Immobilienunternehmen an der Börse. Es wird also richtig spannend. Wir gucken drauf, wann melden eigentlich die Unternehmen nun ihre Zahlen? Worauf sollte man achten und wo gibt es gegebenenfalls Gefahren für uns Aktionäre? Wo muss man besonders gut drauf achten? Wir schauen auf Around Town, Vonovia, Covivio, LEG, THG, auf die Adler Group und natürlich auch auf Grand City Properties. Starten wir direkt ins Video, gehen wir im Schnelldurchlauf einmal durch und gucken auf alle Unternehmen. Vorher aber wie immer der Hinweis, das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung. Jeder muss für sich eigene Anlageentscheidungen treffen. Die Videos, die nur der Unterhaltung und Investitionen können natürlich in jedem Fall immer zu einem Totalverlust führen. Wir gehen das Ganze mal nach Daten durch. Schauen zuerst auf Vonovia, denn die melden bereits in der kommenden Woche am Donnerstag die Q1-Zahlen. Wir sehen das hier einmal eingeblendet. Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal für die Monate Januar bis März 2023. Die wird bereits am 4. Mai veröffentlicht. Und an Bayern natürlich der Hinweis, alle hier angesprochenen Aktien werden auch hier zeitnah dann immer auf dem Börsenbrudi-YouTube-Kanal besprochen. Am 4. März gibt es also natürlich das Q1-Update. Dann wie immer auch hier auf YouTube für euch. Also abonnieren nicht vergessen. Was wird spannend zu sehen sein? Es gibt eine geupdatete Guidance für das Jahr 2023. Und da hat man das Ganze nochmal konkretisiert. Man wird wohl insgesamt Umsatzerlöse zwischen 6,4 und 7,2 Milliarden verbuchen können. Und der Umsatz im Bereich der Vermietung, der wird wohl zwischen 3,15 und 3,25 Milliarden liegen. Für uns wichtig, wie sieht es beim FFO aus? Denn man möchte im Jahr 2023 wieder 70% vom FFO ausschütten. Das wird für uns also die spannendste Kennzahl sein jetzt zum Q1. Denn daran lässt sich erkennen, wo man ungefähr am Jahresende rauskommen wird. Aber nicht nur das wird spannend zu sehen sein, sondern auch die Nachricht von vorgestern vom 26. April. Video gab es ja hier auf dem Börsenbrudi-YouTube-Kanal zum Thema des Verkaufs an Apollo. Beziehungsweise an eine von Apollo verwaltete Gesellschaft. Man hat insgesamt ein Drittel eines Portfolios mit insgesamt 21.000 Wohnungen in Baden-Württemberg für eine Milliarde verkauft. Und das sehen wir hier nochmal eingeblendet. Damit hat man jetzt die finanziellen Mittel für das Jahr 2023 bereits zusammen. Durch die Südevo-Transaktion in Höhe von einer Milliarde. Aber man möchte noch 300 Millionen an Development-Aufträgen verkaufen und eine Milliarde an weiteren Assets. Das wird spannend zu sehen sein, ob es hier vielleicht schon weitere Informationen gibt. Bis jetzt sieht es wirklich ganz gut aus. Sind wir gespannt, was in der nächsten Woche dann von Vonovia vermeldet wird. Ob man hier dem Ziel zeitnah näher kommt. Und ob man hier weitere Transaktionen vielleicht schon vermelden kann. Die eine oder andere Transaktion an Kommunen ist ja bereits im Gespräch. Kommen wir zunächst nochmal zu einem weiteren deutschen großen Immobilienunternehmen. Nämlich zu LEG. Ja, das nach Vonovia zweitgrößte börsennotierte Wohnungsunternehmen in Deutschland. Und hier gibt es dann am 10. Mai die neuen Zahlen. Also auch hier ist es nicht mehr lange hin. Dann gibt es die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal. Es geht also Schlag auf Schlag bei den Immobilienaktien. Und am 10. Mai werden wir dann genauer darauf gucken, wie es mit der ebenfalls hier auch aktualisierten Guidance für das Jahr 2023 aussieht. Man hat das Ganze ja nochmal konkretisiert. Der AFFO, der ab jetzt dann für die Dividende entscheidend sein wird, der wurde angehoben auf 125 bis 140 Millionen Euro. Und man möchte ja 100% des AFFOs ausschütten sowie einen Anteil der Immobilienverkäufe. Allerdings, und da gucken wir dann am 10. Mai genauer drauf. Auch hier natürlich auf diesem YouTube-Kanal. Zeitner dann mit einem Update. Wie sieht es bei den Immobilienverkäufen aus? In den letzten Monaten war das wirklich nicht gut. Also LEG kam hier wirklich schlecht weiter. Und dementsprechend müssen wir da genauer drauf gucken. Am Ende hängt die Höhe der Dividende dann eben auch von den Immobilienverkäufen ab. Und da scheint es bei der LEG bis jetzt zumindest etwas zu hakeln. Sind wir mal gespannt, ob man hier Neues vermelden kann. Nachdem LEG die Zahlen vermelden wird, kommt dann auch TAG Immobilien. Ein Immobilienunternehmen aus dem Großraum Berlin, aber vor allem eben auch aus dem Osten Deutschlands. Mit dem sogenannten ABBA-Prinzip. Die vermelden einen Tag später, am 11.05. ABBA-Prinzip bedeutet, in A-Städten investiert man in B-Lagen und in B-Städten investiert man in A-Lagen. Und die TAG, die ist ja auch nach Polen gegangen. Leider rückblickend zu einem ziemlich falschen Zeitpunkt mit Blick auf die steigenden Zinsen. Aber eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und auch hier hat man ja bereits für das Jahr 2023 angekündigt, dass man ein FFO von rund 98 Cent je Share, also je Aktie erwirtschaften wird. Das heißt, wir brauchen jetzt ungefähr 25 Cent FFO im ersten Quartal, damit die Guidance dann hoffentlich auch aufgehen wird. Minus 19 Prozent zu 2022. Es geht also hier ordentlich nach unten. Informationen bezüglich der Dividende, die hier zur Option steht, wenn eben der Markt wieder in eine richtige Richtung aus Sicht der TAG gehen sollte, werden wir wohl nicht bekommen. Dafür ist es einfach noch zu früh. Aber hier wird es wirklich wichtig zu sehen sein, kann man zumindest 25 Cent FFO per Share, also FFO 1 per Share verbuchen oder nicht. Da müssen wir dann am 11. Mai genauer zusammen drauf schauen. Auch da natürlich ein Update hier auf eurem Börsenbrudi YouTube-Kanal. Nachdem TAG Immobilien dann die Bücher öffnet, kommt Grand City Properties, ein luxemburgisches Immobilienunternehmen mit Wohnungen in Deutschland und in London. Hier gibt es am 17. Mai dann die Q1-Zahlen für das Jahr 2023. Grand City Properties, ja ein Unternehmen, welches mittlerweile voll konsolidiert wird von Roundtown, zu denen wir auch gleich kommen. Und bei Grand City Properties, da gab es zuletzt eigentlich ganz gute Zahlen, aber Grand City Properties hat auch einen Vorteil gehabt. Man hat Aktien zurückgekauft, dementsprechend konnte man hier den FFO 1 per Share, um es mal in Anführungszeichen zu sagen, konnte man den etwas tunen. Es bleibt also spannend, ob man hier weiterhin positive Zahlen vermelden kann. Schließlich sind auch die Immobilienwerte von Grand City Properties unter die Räder geraten. Hier wird spannend zu sehen sein, ob dann die Wertberichtigung weiter nach unten gehen wird. Wertberichtigung, das ist auch bei der Adler Group ein wichtiges Thema. Am Ende des Mai, 25. Mai, gibt es hier die Q1-Zahlen. Dann für die ersten drei Monate im Jahr 2023. Aktuelles Video gab es in dieser Woche ja zur Adler Group auf diesem YouTube-Kanal. Guckt da gerne nochmal rein. Die Adler Group, ein Unternehmen mit riesigen Problemen. Mittlerweile scheint das Eigenkapital laut Medienberichten unter anderem vom Handelsblatt so weit aufgezehrt zu sein. Man kämpft also wirklich ums Überleben und man möchte sich auf einen Konzern konzentrieren, der dann bald hoffentlich nur noch rund um Berlin tätig ist. Aktuell hat man aber immer noch zehntausende Wohnungen in Deutschland. Und hier muss man jetzt ganz, ganz dringend Portfolien abstoßen sowie vor allem auch Entwicklungsprojekte verkaufen. Und da müssen wir jetzt ganz genau auf die Zahlen gucken, wie viel Wertabschlag nimmt man da in Kauf, um die Projekte schnellstmöglich loszuwerden. Das Ganze könnte ganz schön unangenehm werden, wenn man hier hohe Wertabschläge in Kauf nimmt. Aber wir sehen bei der Cash-Position zwischen Q3 und dem vierten Quartal 2022, da ging es von 615 auf 387 Millionen runter bei der Cash-Position. Laut aktuellen Medienberichten, ich habe es schon gesagt, ist das bilanzielle Eigenkapital wohl auf Null gerutscht. Also hier müssen wir ganz genau hinschauen, wenn dann die aktuellen Zahlen bei der Adler Group kommen, wie es hier dann wirklich aussieht. Nach der Adler Group gibt es immer noch ein Unternehmen, das dann Zahlen vermelden wird. Wir gucken nämlich auf Roundtown und Roundtown wird dann ebenfalls Zahlen vermelden. Das Ganze ist von jetzt aus gesehen noch ein bisschen hin, aber Roundtown hat auch wie Grand City Properties ganz gute Zahlen vermeldet. Aber Roundtown, auch hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im letzten Jahr wurden unglaublich viele Aktien zurückgekauft. Dementsprechend konnte man den FFO 1 per Share hier ein bisschen künstlich am Leben halten und weiter steigern. Jetzt hat man allerdings das Aktienrückkaufprogramm beendet. Es wird also spannend zu sehen sein, wie es hier beim FFO 1 per Share bei Roundtown weitergehen wird. Und auch die Immobilienwerte, gerade im Gewerbesektor, die stehen unter Beobachtung. Auch da müssen wir weiter drauf achten. Bis jetzt hat man wohl genug Kapital, Liquidität bis Ende 2025, um Schulden zurückzuzahlen, respektive zu refinanzieren. Gucken wir mal, wie hier dann die aktuellen Meldungen lauten werden. Zum Schluss, und da ist es jetzt noch ein bisschen hin, nämlich bis zum 20. Juli. Da müssen wir also uns noch ein bisschen gedulden, rund zwei Monate. Dann meldet auch Covivio, ein französisches Immobilienunternehmen, unter anderem mit zehntausenden Wohnliegenschaften in Deutschland, im Ruhrgebiet, aber auch in Berlin und in einigen Städten im Osten Deutschlands. Und hier wird es ebenfalls spannend zu sehen sein, wie sieht es aus mit dem Wertberichtigungsbedarf. Gibt es da schon aktuelle Kennzahlen und vor allem, wie sieht es aus bei den Mietsteigerungen? In der aktuellen Präsentation von Covivio sagt man, in Berlin, da sieht es ganz gut aus, 5% Steigerung bei den Mieten, aber auch beim Mietpreisindex. Da kann man in München plus 21% aktuell feststellen, in Dresden plus 6%. Da wird es also spannend zu sehen sein, wie viel kann man dann wirklich an Miete aufschlagen bei den Wohnungen in Deutschland, aber natürlich auch bei den Hotels und bei den Offices, also bei den Büros, die man bei Covivio hält. Ein Unternehmen in vielen europäischen Ländern aktiv, auch da gucken wir dann Ende Juli genauer drauf. Euer Favorit gerne schon mal unten in die Kommentare, welche Aktie findet ihr am spannendsten? Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Überblick bekommen, wann welche Unternehmen melden, das Ganze wie gesagt jetzt einmal von den Daten her chronologisch aufgezeigt und wir werden auf alle diese Unternehmen dann hier genauer eingehen. Sobald die aktuellen Zahlen da sind, dann gibt es eine genaue Analyse dazu, also abonnieren nicht vergessen und vor allem auch die Glocke drücken, dann verpasst ihr hier keine aktuellen Updates mehr zu den Immobilienaktien, die ihr hier eingeblendet seht. Lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, eure Kommentare gerne unter dieses Video. Macht es gut, bis zum nächsten Video und schon mal ein schönes Wochenende.